Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal Zensur Nein Danke. Dies ist ein Ankündigungsvideo und zwar zu einer Live-Veranstaltung heute am 21.12.2021 um 20 Uhr. Es ist eine extra Live-Sendung zu dem Thema Sunrise Operation Sunrise. Etwas, was sehr, sehr brisant ist und durch Whistleblower eben entsprechend verteilt wurde. Man erschafft also eine verkünstigte oder verkünstelte Verknappung und sorgt dafür, dass der Druck auf Ungeschlumpfte weiterhin ansteigt. Natürlich steigen die Preise und diverse andere Sachen. Man möchte zentralisieren und wir wollen unter anderem darüber sprechen, aber auch Wege, wie man sich vorbereiten kann noch aktuell und ganz besonders hier auch noch mal der Hinweis auf meine Gäste, die heute Abend da sind. Das wird der Alex sein von laut gedacht fürs Heimatland. Dann hat sich angekündigt der Heinrich von Heinrichs Gedanken TV und möglicherweise viele, viele weitere Überraschungsgäste und natürlich auch du, der dieses Video hier da draußen sieht und vielleicht Lust und Laune hast, mit uns hier mitzudiskutieren. Dann schreib mich einfach über Telegram an und ich sende dir dann den entsprechenden Einladungslink. Also nicht verpassen, heute 20 Uhr am 21.12.2021 um 20 Uhr. die Live-Sondersendung zur geplanten Operation Sunrise Order Up Cow. Vielen Dank und wir sehen uns auf ODC. Link findest du in der Videobeschreibung.